Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio und damit endlich wieder zu meinem Matchhead Talk Format. Es ist der 19. Matchhead Talk zu unserem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim, was am 13. Januar um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion stattfinden wird. Damit erstes Heimspiel des Jahres zu Hause und quasi das letzte Spiel der Hinrunde und ein richtungsweisendes Spiel für den dann wahrscheinlich weiteren Verlauf der Saison. Wie immer habe ich natürlich den Gegner unter die Lupe genommen, habe die eine oder andere Statistik, den einen oder anderen Fakt rausgesucht und das werden wir wie immer in diesem Video zusammen durchgehen und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß und wir gehen in die Fakten einmal rein. In der Bundesliga trifft Köln und Heidenheim zum ersten Mal aufeinander. Diese Begegnung gab es nur in der Saison 2018-2019 zweimal in Liga 2. Damals gab es ein 1-1 und ein 2-0 für Köln. Heidenheim wird damit zum 55. Gegner in Kölns Bundesliga-Historie. Während der FC nur einen Punkt aus den letzten drei Begegnungen holte, gab es für den FCH drei Siege in Folge. Norman Teuerkauf steht vor seinem 250. Spiel für den 1. FC Heidenheim. Aaron Dingci liegt im Wert Expective Goals bei plus 4,4. Nur Harry Kane und Zero Gerassi sind effizienter. Heidenheim steht aktuell auf einem starken 9. Platz und hat doppelt so viele Punkte eingefahren wie der 1. FC Köln. Wie ihr seht, Freunde, eine Begegnung, die im Verhältnis zu den meisten anderen Bundesliga-Duellen vom FC historisch jetzt noch nicht so bekannt ist in diesem Sinne. Man muss aber sagen, wir treffen wirklich auf einen Gegner, vor dem man absolut Respekt haben muss. Und einen Gegner, der wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Experten da draußen überrascht haben mit der Art und Weise, wie man Fußball spielt zum einen, aber auch wie viele Punkte man eben bisher schon auf dem Konto hat. Da kann man auf jeden Fall nur den Hut vorziehen und wie immer schauen wir uns natürlich das prägende Personal an und starten wie immer mit dem Trainer, der glaube ich in der Bundesliga wie kein Zweiter eben für seinen Klub steht und das ist Frank Schmidt. Er ist seit 2007 im Amt, kein Trainer ist im deutschen Profifußball so lange im Amt wie Frank Schmidt und er hat beim FCH wirklich Unglaubliches bewegt und entwickelt. Er hat die Mannschaft erstmal zu einer kontinuierlichen Zweitligamannschaft entwickelt, dann zu einer Zweitligamannschaft, die wirklich mit Ambitionen immer oben mitgespielt hat über Jahre. Man hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, einmal auch Relegation gegen Bremen knapp verloren und dann folgerichtig, wie es halt im Fußball meistens ist, wenn du über Jahre gut arbeitest, immer und immer wieder dran bist, dann wirst du halt irgendwann für das Ganze belohnt. Und das ist dann hier passiert. Man muss natürlich abwarten, wie es in der kommenden Saison ist, aber in dieser Saison würde ich mich fast sogar festlegen und sagen, dass Heidenheim auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben wird, auch wenn noch eine Rückrunde zu spielen ist. Zu Frank Schmidt kann man sagen, er wirkt immer so als der komplett ruhige und besonnene Typ, aber ich glaube, er weiß auch in jeder Lage, wie er halt die Mannschaft auch anpacken muss. Und er ist auch ein Trainer, der sehr flexibel ist, wenn es darum geht, mit welcher Formation agiere ich gegen welchen Gegner. Wenn man sich allein in dieser Saison anschaut, er hat zwar in den letzten beiden Spielen im 4-4-2 spielen lassen, hat aber, wenn man sich die ganze Saison anschaut, mit DFB-Pokal bereits sechs verschiedene Formationen spielen lassen. Was zwar zum einen auch für die Mannschaft spricht, dass sie das so flexibel immer wieder von Gegner zu Gegner, von Woche zu Woche umsetzen können. Was aber auch dafür spricht, dass Frank Schmidt schon ein Auge hat, mit welchem Kniff er vielleicht es für den einen oder anderen Gegner halt eben auch schwer machen kann. Spricht ebenso für ihn, ich für meinen Teil muss sagen, ich habe absoluten Respekt vor Frank Schmidt, ist für mich einer der Trainer in Deutschland, weil gerade im heutigen modernen Fußball es ja immer unwahrscheinlicher wird, dass ein Trainer wirklich nochmal eine richtige Ära prägt. Da gibt es eigentlich nur so die einen oder anderen absoluten Spitzentrainer und dann gibt es halt, wenn man auf Deutschland jetzt schaut, gibt es Frank Schmidt und Christian Streich vielleicht. Ansonsten hört es da auch schon relativ auf. Dementsprechend ziehe ich meinen Hut vor der Arbeit von Frank Schmidt und muss sagen, dass ich nicht nur unfassbar Respekt vor ihm und seiner Leistung habe, sondern ihn auch einfach wirklich für einen richtig, richtig guten Trainer halte. Wir springen rüber zu den Spielern und starten wie immer mit dem Player to Watch und ich denke, wenn man Heidenheim und Player to Watch in Verbindung bringt, gibt es nur einen Namen, Jan Niklas Beste. Der Linksaußen ist glaube ich der Gewinner, wenn nicht sogar die absolute Entdeckung in der aktuellen Bundesliga-Saison. Mit 5 Toren und 8 Assists ist er absoluter Topscorer bei Heidenheim, unangefochten und ist auch allgemein in der Bundesliga einfach eine Waffe. Man hat ihn damals als Schnäppchen für 950.000 von Werder Bremen verpflichtet. Er hat sich bei Heidenheim unfassbar gut entwickelt, war letzte Saison in der 2. Bundesliga schon eine der prägenden Säulen für den letztendlichen Aufstieg und er ist wirklich ein Spieler, der eine absolute Waffe mit seinem linken Fuß zum einen ist, zum anderen aber auch mit seinen Standards. Seine Standards sind immer brandgefährlich. Natürlich muss man auch sagen, er hat auch bei Heidenheim eine gute Truppe, viele physisch starke Jungs, viele auch groß gewachsene Jungs. Da kann man natürlich nach Standards dann, wenn man noch so einen guten Schützen hat, natürlich auch immer gefährlich werden. Und Jan Niklas Beste ist halt eben das Paradebeispiel, wie man wirklich mit einem traumhaften linken Zauberfüß in da die ein oder andere gefährliche Flanke reinkloppen kann. Für mich ist er halt wirklich ein Spieler, der vielleicht nach dieser Saison, wenn es jetzt in der Rückrunde noch so weitergehen sollte, schon zu groß für Heidenheim im kommenden Sommer sein könnte. Ich kann mir schon vorstellen, dass da sämtliche Interessenten Schlange stehen und er wahrscheinlich auch den nächsten Step nochmal machen will. Er ist zwar erst 25, aber wenn man nochmal auf richtigem guten oder Top-Niveau spielen will, dann müsste der Step halt jetzt kommen. Ich für meinen Teil bin nochmal gespannt, wie ihr es seht, muss auch sagen, dass ich ihn, wenn er diese Leistung jetzt bestätigen kann in der Rückrunde und dann vielleicht in der kommenden Saison entweder bei Heidenheim oder dann doch, wie ist es vermutet, bei einem anderen Arbeitgeber, sollte man vielleicht auch mal in der deutschen Nationalmannschaft über ihn nachdenken. Weil auf der linken Seite sind wir da jetzt auch nicht so mega super besetzt und da ein Spieler, der jetzt eine unfassbar gute Entwicklung genommen hat, einfach Bock hat, Fußball zu spielen und einfach einen unglaublichen Offensivdrang und Riecher hat, würde der Nationalmannschaft vielleicht auch nicht so schlecht tun. Wäre jetzt einfach mal so ein Call von mir mal in den Raum gestellt. Bin gespannt, wie ihr es seht. Und ich muss sagen, Jan Niklas Beste, letzte Saison in Liga 2 überragend, aber ich denke, so hätte man ihm das in der Bundesliga nicht zugetraut. Wir kommen zu Spieler Nummer 2 und bei außerdem zu nennen, wen soll man da nennen? Tim Kleindienst. Der 1,94 Meter große Stürmer ist ein absolutes Monster. Er hat in der aktuellen Saison 6 Tore erzielt und in der abgelaufenen Saison war er Torschützenkönig in der 2. Liga mit 25 Treffern, 7 Tore konnte er noch vorbereiten. Und was bei Tim Kleindienst halt einfach so krass ist, wenn man jetzt 1,94 Meter hört, da denkt man sich so, ja gut, ist halt ein Wandspieler, der halt vorne die Bälle festmacht und verwertet, wenn er die Flanken bekommt. Aber genau das ist Tim Kleindienst eben nicht. Er kann das zwar auch so spielen, aber er ist es halt nicht. Er ist halt nach Fremd Pong der Spieler in der aktuellen Bundesliga-Saison, der die meisten Sprints angezogen hat, nämlich sage und schreibe 495 Stück. Und er hat die meisten Zweikämpfe in der Fußball-Bundesliga geführt, nämlich 452 Stück. Wenn man beide Zahlen jetzt mal nimmt und das mal auf 16 Spiele aufzahlt, könnt ihr euch selber ungefähr ausrechnen, was das dann pro Spiel circa an Laufleistung und an Zweikämpfen bedeutet. Also wirklich ein unfassbar guter Spieler, auch hier extrem krass, dass er über Jahre in der 2. Liga natürlich top war, aber das auch so in der Bundesliga liefern kann. Ich denke, da haben wir ja in der Vergangenheit, wenn man sich die ganze Bundesliga anschaut, immer mal wieder Spieler gesehen, die das eben nur in der 2. Liga bringen konnten und in der Bundesliga eben nicht. Umso krasser, dass das halt bei Tim Kleindienst so der Fall ist. Absolut richtig guter Stürmer und er hat für mich jetzt schon bewiesen, dass er eben auch in der Bundesliga konstant diese Tore erzielen kann. Wir springen rüber zu den Ausfällen, meine Freunde und starten mit den Gästen mit dem 1. FC Heidenheim, wo man sagen muss, Christian Kühlwetter fällt aus mit Magen-Darm-Infekt und es gibt einen Langzeitverletzten, Thomas Keller, der einen Kreuzbandriss hat. Es gab jetzt im Trainingslager der Heidenheimer vier Ausfälle, die aber alle wieder im Training soweit sind, außer eben Kühlwetter. Aber dementsprechend kann Heidenheim hier nahezu aus dem Vollen schöpfen. Und wenn wir zum FC rüber springen, kann man sagen, der FC kann eigentlich auch nahezu aus dem Vollen schöpfen. Da ist es so, dass Marc Uthia ausfällt und Lea Pacarada auch noch. Das sind die beiden, wo es auch noch ein bisschen dauern wird wahrscheinlich. Jetzt keine Monate, aber vielleicht noch zwei, drei Wochen und der Rest könnte oder wird einsatzfähig sein. Dementsprechend ist es dann sehr interessant zu sehen, was Timo Schulz machen wird, wer dann letztendlich im finalen Kader für das Spiel am Samstag stehen wird. Und wenn wir über Kader für Samstag sprechen, dann kommen wir natürlich zum nächsten Punkt, nämlich zu meiner Aufstellung. Ich kann, bevor ich jetzt starte, schon mal sagen, Freunde, dass ich jetzt erstmal so aufgestellt habe in der Grundordnung, wie Timo Schulz das zuletzt bei St. Pauli und auch bei Basel hat spielen lassen. Dementsprechend in einem 4-3-1-2. Ich werde dann nach meiner Wahl der einzelnen Spieler auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie die in diesem System fungieren würden, wenn es denn so wäre. Ich habe natürlich im Tor Marvin Schwäbe genommen. Da war ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Jetzt erschreckt euch nicht. Rechter Verteidiger ist Benno Schmitz. Timo Hübers und Jeff Chabot geben die Innenverteidigung. Und Max Fingräve spielt auf der Linksverteidigerposition. Warum habe ich das Ganze jetzt so genommen? Timo Schulz ist grundsätzlich immer ein Fan davon, einen Außenverteidiger zu haben, der ein bisschen defensiver steht, der eher so, der ist, der eher hinten bleibt bei Angriffen. Und einen Außenverteidiger, der wirklich die Linie rauf und runter marschiert und immer mal wieder mit nach vorne durchschiebt. Und ich glaube, dass Benno Schmitz so der Rechtsverteidiger sein könnte, der da so ein bisschen reinpasst und ein bisschen sich fallen lässt. Und Max Fingräve könnte dann eben der sein, der ein bisschen die Linie rauf und runter marschiert. Und warum das so ist, werde ich dann gleich im Mittelfeld auch nochmal on top begründen. Aber das wäre in jedem Fall schon mal so meine Viererkette. Kommen wir zum Mittelfeld. Wir starten dann quasi in der Mitte auf der Sechs. Da ist natürlich Erik Martel, denn in diesem System ließ Timo Schulz immer einen verkappten Sechser, der im Spielaufbau sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt spielen und der auch immer so ein bisschen wirklich diese hundertprozentige Abräumerrolle spielt. Da haben wir natürlich mit Erik Martel den geborenen Spieler. Ich denke, da muss man nicht mehr zu sagen. Dann auf dieser halblinken Position ist Florian Kainz und auf der halbrechten Position Rasmus Carstensen. Warum das so ist, kann ich euch auch erklären. Denn diese beiden Positionen sind zwar vom Grundprinzip her eine Achterposition. So ein bisschen ähnlich, wie es damals bei Steffen Baumgart war in der ersten Saison, wo wir auch diese Raute gespielt haben. Nur bei Timo Schulz wird das Ganze so interpretiert, dass diese Spieler teils zwar um Flügel sind, teils aber auch wirklich so Achter sind, die halt als Box-to-Box-Spieler fungieren. Das heißt, die ab und an mal ein bisschen zentraler stehen. Gerade auf der linken Seite, wenn der Linksverteidiger dann durchschiebt, dann ist quasi der linke Achter, in dem Fall wäre es dann laut meiner Formation Florian Kainz einfach mal ein bisschen zentraler. Was Florian Kainz vielleicht auch ein bisschen zugutekommen könnte, um weiterhin ein spielerisches Element zu haben, um auch Bälle verteilen zu können. Aber er ist damit halt auch grundsätzlich offensiv eingestellt, um auch immer mal wieder selber zu Chancen zu kommen. Rasmus Carstensen, glaube ich, hat einfach die Laufstärke, um diese Position spielen zu können. Und wenn er mit Benno Schmitz jemanden im Rücken hat, der ein bisschen eher ja diesen defensiveren Part macht, glaube ich, kann Carstensen auch vorne immer mal wieder durchbrechen, weil er eben die Speed mitbringt. Wenn wir dann auf die 10er Position gehen, ist natürlich Luca Waldschmidt da. Erstmal meiner Meinung nach gesetzt. Marc Uth fällt ja erstmal aus. Man könnte auch mit Lubicic oder mit Hussein Basic gehen. Lubicic war aber ja jetzt zuletzt erstmal raus im Training. Und Hussein Basic, glaube ich, zumindest, wird sich erstmal nochmal ein bisschen hinten anstellen müssen. Dementsprechend habe ich hier Luca Waldschmidt gewählt. Und dann gibt es eine Doppelspitze. Und hier war es immer so, dass Timo Schulz immer so einen, diesen richtigen Neuner, diesen Wandspieler hat spielen lassen. Und einen, der übers Tempo kommt, der auch mal an den Verteidigern vorbeigehen kann, der Räume erlaufen kann, der mit seiner Speed auch mal durchbrechen kann. Und dann eben vielleicht vor dem Tor dann entweder selber scoren kann oder halt rüberlegen kann eben auf den Neuner. Und dementsprechend habe ich mich für Davy Selke und Jan Thielmann entschieden, weil ich schon glaube, dass Selke diese komplette Neuner-Rolle sehr gut ausfüllen kann oder mit am besten von den Möglichkeiten, die unser Kader halt bietet. Und Jan Thielmann ist halt der, der mit seinem Tempo und auch rein grundsätzlich mit einer gewissen Torgefahr diesen Gegenpart eben für Davy Selke geben könnte. Und dementsprechend ist das meine Formation. Wie gesagt, Freunde, das ist jetzt erst einmal so gemacht, dass es danach geht, wie Schulz in seinen letzten Stationen hat Fußball spielen lassen. Bin gespannt, wie ihr es seht. Schreibt mir immer sehr gerne eure Aufstellung unten rein. Und grundsätzlich kann ich mir natürlich noch vorstellen, dass wir auch eine ganz andere Formation sehen werden. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie hat Timo Schulz jetzt die Mannschaft und die Qualität und die Stärken der Spieler selber bewertet. Er sagte ja, er möchte die Spieler grundsätzlich auf ihren besten Positionen bringen. Ich denke, da kann sich jeder denken, wo jeder so grundsätzlich am besten aufgehoben wäre. Aber es heißt ja auch nicht, dass man dann nicht vielleicht doch mit Doppel-6 spielt oder doch eben so oder was ganz anderes, 4-4-2 oder so. Ich denke, das kann man auch erst beurteilen, wenn wir so zwei, drei Spiele gemacht haben. Dementsprechend bin ich jetzt erst einmal so gegangen, wie gesagt, wie Schulz zuletzt in seinen letzten Stationen agiert hat. Und das wäre dann, wie erwähnt, meine persönliche Aufstellung. Abschließend, Freunde, kommen wir natürlich zu meinem Fazit. Man muss sagen, wie ich eben schon erwähnt habe, wir treffen auf einen sehr starken Gegner, der rein grundsätzlich auch über reichlich Selbstvertrauen verfügen sollte aufgrund der bisher echt starken Saison aus Heidenheim-Sicht. Und qualitativ ist das halt auch echt eine super Truppe mit Kleindienst, mit Jannik das Beste, mit Mainka, der für mich auch ein richtig guter Verteidiger ist. Also da gibt es echt den einen oder anderen Spieler, wo man echt den Hut vorziehen muss. Unser FC ist natürlich absolut unter Zugzwang, denn ich muss schon sagen, sollte man dieses Spiel verlieren, dann wird es schon verdammt, verdammt, verdammt eng und ganz, ganz schwer, nochmal irgendwie da rauszukommen. Natürlich sind es grundsätzlich auch aktuell drei Punkte auf Union. Mit Mainz ist man punktgleich, ja. Dennoch muss man bedenken, dass man schon eigentlich in den letzten Jahren für die Relegation zumindest 32 bis 34 Punkte gebraucht hat. Das heißt, würde man dieses Spiel verlieren, bräuchte es schon eine deutlich überdurchschnittliche Rückrunde dann mit 23 oder 24 Punkten, um dann eben wenigstens auf diese 33 oder 34 Punkte zu kommen. Und das halte ich bei einer Liederlage wirklich, ja, ich will nicht sagen für ausgeschlossen, aber für unfassbar schwierig. Und ich muss sagen, ich glaube, dass Heidenheim wirklich versuchen wird, phasenweise auch auf Konter zu gehen, weil sie einfach wissen, dass wir einfach gewinnen müssen. Und das kann Heidenheim halt irgendwo auch ein bisschen zugute kommen. Ich habe es ja eben auch gesagt, Frank Schmidt, der weiß immer genau, wie er in welcher Formation gegen welchen Gegner antreten muss. Und er kennt Timo Schulz ja eben aus der Zweitliga-Zeit. Dementsprechend glaube ich schon, dass es unfassbar schwer wird, weil Frank Schmidt da schon die ein oder andere Idee hat. Für uns gilt trotzdem, die Jungs müssen ihren besten Fußball auf diesen verfickten Platz bringen. Sorry, dass ich das so sage. Morgen, wenn ihr das Video seht, wird es ja eine Aktion geben am Geisburgheim von unseren Ultras. Ultras pusht die Jungs nochmal, gibt den Jungs nochmal alles mit, dass da am Samstag das Rhein-Energie-Stadion brennt, dass in Müngersdorf wirklich alles rausgehauen wird am Samstag. Und damit wir irgendwie diese drei Punkte bei uns zu Hause behalten können. Es wird unfassbar schwer. Ich muss dennoch sagen, ich weiß nicht wieso. Ich glaube trotzdem irgendwie ans Team, auch wenn ich unfassbar Respekt vor Heidenheim habe und mir immer noch sicher bin, dass die in der Liga bleiben. Ich sage trotzdem 2-1 für den FC. Ich hoffe, wir machen es irgendwie. Ich werde ja auch im Stadion sein mit meinem besten Freund. Ich hoffe, dass wir jetzt nach langer Zeit endlich mal wieder was zu jubeln haben, gerade zu Hause. Dementsprechend, ja, lieber FC, haut einfach alles raus. Gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Aber bei allem Respekt wirklich für Heidenheim, muss man auch sagen, wenn man sich anschaut, was wir jetzt in den nächsten Wochen dann wieder für Gegner haben, dann ist Heidenheim in Anführungszeichen, ja, dann schon eher zu gewinnen, wie jetzt dann demnächst wieder gegen Frankfurt RB und etc. Ich glaube, ihr wisst, um die ersten 7, 8 Partien, da brauche ich jetzt nichts zu sagen, denke ich. Ja, daher, wir müssen dieses Ding irgendwie holen. Mein Tipp 2-1, werde da sein und hoffe, dass wir endlich mal wieder als große FC-Familie einfach mal etwas zu jubeln haben. Mich würde natürlich abschließend, Freunde, interessieren, wie seht ihr den Gegner Heidenheim? Wie seht ihr auch Frank Schmidt und Jan Niklas Beste oder Tim Kleindienst? Was traut ihr unserem FC zu? Was sind eure Tipps? Wie würdet ihr aufstellen? Glaubt ihr, dass Timo Schulz bei seiner Strategie, bei seinen letzten Arbeitgebern bleibt oder dass er beim FC jetzt was ganz anderes auspackt? Glaubt ihr, dass vielleicht auch ein Deal oder Downs in der Startelf stehen könnten oder zumindest im Kader? Schreibt es mir auf jeden Fall alles unten rein. Ich würde mich wie immer neben euren Meinungen über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Vielen Dank noch für das Erreichen der 3000 Abonnenten. Da geht auf jeden Fall ein Riesenherz an jeden einzelnen von euch raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer ich mache wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.